Ich mach mal meine Hand weg. Hallo, Hand weg. Hand weg. Hier bin ich. Drück auf, doch mal von hier oben. Erstmals hier wieder hier oben auf den Schuh, dass wenn man hier die Kamera mal hier noch mal zuschaut hat. Hallo. Ich muss mal meine Kamera halten. So, hier ist der schöne Wetter. Schauen wir mal die Sonne auf den Rasen. Ist das herrlich. Hallo, Sonne. Schön, dich wiederzusehen. Der Video-Wüffel. Ja, schön zu sehen. Und das ist der neue Hauptsport. Zumindest vorüber geht. Viva West. Sorry, leider. Auch für uns, für mich das erste Mal seit 2006. Nicht mit einem Gazprom von uns auch hier zu sehen. Das letzte Mal war, glaube ich, gegen Hannover 96 im Jahre 2006. Ähm, war das so? Ja, ich glaube, das ist das. Und irgendwie steht es nicht auf dem Kreis. Denn jetzt gegen Hannover 96 das erste Mal ohne. Das muss man auch für mich hier. Oh, schaut doch mal, wer da unten ist. Der Herr Dirk, große Schlammann da unten. Na gut, wir sehen uns dann gleich in der Intro und der zweite Saison. Schauen wir mal hier an. Hier schön mit ihrem wunderschönen Gemahl. Und zwar dem des ganz großen Tums in dem wunderschönen Sitzplatz. Und ich bin mal gespannt, ob heute hier die Fahndschwinker da sind. Mal gucken. Also, wir sehen uns gleich. Bis zum nächsten Mal.